Musik Beatles Legende Paul McCartney, 76, PURE, meldet sich nach 5 Jahren mit neuer Musik zurück. Sein neues Album, Ägyptstation, wird am 07. September 2018 veröffentlicht. Das teilte sein Label Universal Music jetzt mit. Einen ersten Vorgeschmack bekommen seine Fans aber jetzt schon. Denn ab sofort sind gleich zwei neue Songs erhältlich, die Power-Lage Idun Kno und der Power-Pop-Rock-Song, Köm und Umi. Es ist die erste neue Musik seit der 2013 veröffentlichten LP, Nu. Das Album wurde in Los Angeles, London und Sussex von Gregor Stinn, 49, produziert, der bereits mit Größen wie Adele, Beck oder den Fufatars gearbeitet hat. Über den Titel sagten McCartney, ich mochte die Wörter Ägyptstation. Sie erinnerten mich an die Album-Alben, die wir gemacht haben. Ägyptstation beginnt an der ersten Station mit dem ersten Song. Und dann ist jeder Song wie eine weitere Station. Ich sehe es als einen Traumort, aus dem Musik heraus strahlt. Und dann ist jeder Song. Eigung pers packen alle